Und da will ich beim Fußball die Torleute! Jetzt doch! Und einer noch auf diese Prämühle! Super! Gratulation den Gewinnern! Wie gesagt, beim Start, ihr Wunsch auch bitte bitte einen Preis abholen und den Ball! Natürlich behalten zur Sicherheit, sei gesagt, es gibt jedoch einen Radio Oberösterreich-Talk, mit dem hat Smonarema heute die Strauß im Public-Bereich gehört und genau sagen wann. Und da gibt sie dann auch so Autogabe. Gratulation, Gratulation! Vera Smonarema aus Russland! Unsere erste Finalistin-Bahn-Generale-Legendienst 2000! Ich habe Ihnen vorher alles angekommen. Bei uns, wie wir heute der Jungen mal auf dem Kasten, sei ich Sprenger. Aber in der Zwischenzeit ist da eine sehr, sehr ernstzunehmende Sportpartner aus. Und da gibt es auch immer wieder tolle Vorführungen und tolle Wettbewerbe. Es ist unglaublich, was man hier alles anstellen kann. Meine Damen und Herren, ich freue mich jetzt mit Ihnen auf unsere Roadskippers! Ich freue mich! 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 Ich freue mich, wo ich meine Gображdeber Mode! Ich freue mich. Ich freue mich! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020